In dieser Aufnahme geht es um einen speziellen Port-Scan, der ein bisschen raffinierter durchgeführt wird, als man sonst ganz einfache Port-Scans machen könnte. Denn wenn ich jetzt einen Port-Scan mache, nehme einfach meinen eigenen Rechner, schicke da irgendwelche TCP-Anfragen los und gucke dann, ob da Antworten kommen von einem Zielrechner. Dann ist ja die eigene IP-Adresse sichtbar bei dem Zielrechner. Aber bei diesem Ablauf, diesem Spoofed-Scan, da soll es so sein, dass man hier einen Scan durchführt, aber am Ende soll das Opfer nie die eigene IP-Adresse gesehen haben. Das heißt, wir haben jetzt folgende Situation, wie Sie in dem Bild hier sehen. Also hier haben wir einen Rechner, einen Zielrechner, der hat eine gewisse IP-Adresse und auf ihm ist ein Web-Server vorhanden und es ist kein Mail-Server. Aber dass das so ist, das wissen wir jetzt hier am Anfang noch nicht oder das weiß der Angreifer noch nicht und will das erst rausfinden. Und um das rausfinden zu können, dann benötigt der Angreifer noch einen weiteren Rechner, einen Stellvertreter. In diesem Stellvertreter hat man jetzt eigentlich keine großartigen Anforderungen. Er muss auch nicht, er muss nicht irgendwie vom Angreifer übernommen worden sein, aber das muss ein Rechner sein, der sonst nicht sehr viel macht dann. Also weil man sich nämlich auf ein gewisses Feld im IP-Header hier verlässt, dass das nur durch Aktionen, die der Angreifer durchführt, erhöht wird. Okay, also das ist halt die Voraussetzung, die wir hier haben. Der Stellvertreter darf keine anderen IP-Pakete jetzt während dieses Ablauf schicken. Und dann geht das Ganze so los, dass der Angreifer schickt jetzt hier so eine Dateneinheit, ein TCP-Syn-Segment, also das typische TCP-Segment, wenn man eine Verbindung aufbauen möchte, an diesen Stellvertreter. Und das ist jetzt irgendwie eine relativ hohe Portnummer hier. Die Portnummer ist egal, also es kommt hauptsächlich darauf an, dass jetzt hier der Stellvertreter dann antwortet. Und dass man von ihm dann eine IP-ID erfährt. Also das ist ein Feld hier in dem IP-Header, was immer hochgezählt wird. Das heißt, wenn er jetzt immer weitere Dateneinheiten schickt, dann wird diese IP-ID jeweils um 1 erhöht. Dieses Feld dient sonst eigentlich bei der Fragmentierung dazu, die Fragmente wieder zusammensetzen zu können. Denn die einzelnen Fragmente, die haben sonst immer nämlich die gleiche IP-ID. Okay, gut. Das ist für uns jetzt aber nicht so wichtig, sondern das Wesentliche ist jetzt hier, dass das eine Nummer ist, die immer hochgezählt wird. So hat jetzt der Angreifer erstmal die IP-ID, das heißt, wo dieser Zähler steht, vom Stellvertreter erfahren. Und im nächsten Schritt schickt jetzt der Angreifer hier eine Anfrage an das Opfer. Das ist jetzt sozusagen das Eigentliche, um was es dem Angreifer geht. Und an der Stelle werden jetzt hier Adressen gefälscht. Das heißt, die Source-Adresse, die jetzt hier verwendet wird, das ist, wenn Sie das hier unten vergleichen, das ist nicht die Adresse vom Angreifer, sondern das ist die Adresse von dem Stellvertreter, die hier genutzt wird. Und dann ist der Zielport 80 hier. Also ich will ja wissen, ist das ein Web-Server, oder ist der Web-Server-Port hier aktiv? Also ist da ein Web-Server aktiv? Ja oder nein auf dem Opferrechner? So, und dann antwortet jetzt, also in dem Fall, Sie sehen ja jetzt hier, der Web-Server ist aktiv. Ja, dann nimmt dieser Zielrechner hier an, da ist jetzt einfach eine Abfrage, ein ganz normaler TCP-Verbindungsaufbau. Möchte jetzt jemand irgendwelche Inhalte von der Webseite abrufen? Und dementsprechend antwortet er nach dem 3-Way-Handshake von TCP dann mit dem zweiten Schritt, mit dem SYN und ACK. Und naja, dadurch, dass die IP-Adresse vorher gefälscht war, geht die Antwort jetzt halt nicht an den Angreifer, sondern an diesen Stellvertreter. Der Stellvertreter, der wundert sich jetzt, weil er ja jetzt ja eigentlich gar keine Anfrage gestellt hat, dass er jetzt hier irgendwie so eine Antwort kriegt und reagiert dann mit so einem Reset. Also sozusagen, das ist hier eine Dateneinheit, die das Ganze zurücksetzen soll, weil er hat ja gar kein Interesse an dieser Art von Verbindung. Und ja, das ist der fünfte Schritt dann. Dieses hat halt den Nebeneffekt, dass die IP-ID hier um 1 erhöht wird. Okay, jetzt die Schritte, die danach folgen, die sind eigentlich nochmal die Schritte, die man am Anfang gemacht hat. Wieder irgendeine Verbindungsaufbau, Anfrage des Angreifers an den Stellvertreter. Der Stellvertreter hat da immer noch keinen Dienst drauf und antwortet. Und jetzt hat man hier die IP-ID plus 2 erhalten. Und daraus ist die Schlussfolgerung, dass der Dienst auf dem Opfer, da auf diesem TCP-Port 80 aktiv ist. Und wenn man das Ganze nochmal vergleicht und die Kommunikationsschritte sich nochmal überlegt, dann sieht man, bei dem Zielrechner war nie dann die IP-Adresse hier des Angreifers aufgetaucht, sondern der kannte nur die von dem Stellvertreter. So, jetzt kann es sein, dass es Ihnen jetzt vielleicht nicht ganz offensichtlich ist, warum man jetzt diese Schlussfolgerung ziehen kann. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an, für den Fall, dass da kein Dienst aktiv ist. Also sozusagen für den Fall mit diesem Mail-Server, wo auf dem Port 25 nichts ist dann. Also die ersten beiden Schritte sind wieder gleich. Also wieder die Abfrage und, sodass ich erstmal die IP-ID wieder hier erhalten habe. Dann kommt die Anfrage hier wiederum vom Angreifer in Richtung des Opferrechners. Und jetzt, naja, will man halt wissen, was ist bei dem Port 25 hier los, schickt das halt dann mit dem Portangabe 25, aber auch wieder mit der gefälschten IP-Adresse. Und jetzt ist ja da gar kein Dienst aktiv. Das heißt, in dem Fall kommt jetzt hier der Reset schon von dem Opferrechner und geht dann an den Stellvertreter. Der Stellvertreter, der, naja, erhält jetzt hier so ein Reset, aber es macht keinen Sinn, dass er das von sich aus auch nochmal irgendwie zurücksetzt, sondern der macht dann einfach gar nichts. Also der fünfte Schritt, den gibt es hier quasi nicht. Und als Nebeneffekt wird hier halt auch nicht diese, also weitere Dateneinheit von dem Stellvertreter geschickt, sodass die IP-ID nicht weiter erhöht wird. Ja, also wenn man dann am Ende nochmal wieder die Schritte 6 und 7 abfragt, dann sieht man, an der Stelle ist jetzt die IP-ID nur um 1 erhöht. Und vorher war sie ja um 2 erhöht, wenn der Dienst aktiv war. Das heißt, so kann man die entsprechende Schlussfolgerung ziehen. So, bevor ich jetzt hier weitermache, da können Sie sich mal überlegen, wie das jetzt ist, wenn jetzt da eine Firewall dazwischen ist. Das heißt, dass der Angreifer Daten schickt und die kommen gar nicht bei dem Opfer an, sondern eine Firewall ist dazwischen. Okay, also das sieht man jetzt hier in dieser Abbildung nochmal. Und ja, also die Daten werden geschickt, kommen dann hier an der Firewall an und werden dort nicht weitergeleitet. Das heißt, der Schritt 4, den gibt es nicht und insbesondere gibt es dann auch den Schritt 5 nicht. Das heißt, diese Situation kann ich jetzt nicht unterscheiden. Also das heißt, ob der Dienst nicht aktiv ist oder ob es eine Firewall gibt, die das Ganze verhindert, dass ich da an den Opferrechner hier rankomme mit der Anfrage, das kann ich mit dieser Art von Scan nicht unterscheiden dann. Und ja, es würde sozusagen eine um 1 erhöhte IP-ID hier geben. Und ja, es würde sozusagen eine um 1 erhöhte IP-ID hier geben.